Am Januar war der CEIP auf Besuch am Lycée Hermesinde. Bei der jährlich Visite von Uni-Professoren aus Frankreich und aus Deutschland, der der Lycée Hermesinde schon seit immer begleiten, war ein Speziales geplant. Und zwar ein Fotoshooting von Chelsea Studios. Mathelle von der Akademie Beauté, RMIT und der KD. Heuer sind Obleg am Resultat.